Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Wie bereits angekündigt haben wir hier das Review zum Mini X-Wing Fighter aus Episode 7. Ja, viel ist dazu nicht zu sagen. Es war ein Mini-Build bei Toys R Us und nachdem man es dort gebaut hat, konnte man es gratis mitnehmen. Dieses kleine Set kommt in so einer kleinen Plastikverpackung, so einem SIP-Beutel und wenn man die Bauanleitung, die hier dahinter ist, auch da reinpackt, dann ist das ganz schön gespannt, wie man vielleicht... Moment, das hatten wir da schon festgestellt. Das ist ganz schön... Also es passt nicht wirklich rein, aber es passt so ungefähr rein und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die diese Größe gewählt haben. Und dann mit dem X-Wing drin ist das noch mehr gespannt und somit. Ja, die Packung... Diesmal mache ich nochmal kurz ein Packungs-Review dabei, weil es ja nicht wirklich eine Packung ist. Und zwar sehen wir hier einmal den X-Wing in Aktion, oben das Lego Star Wars Zeichen. Oben allerdings keine der typischen Leisten, wie wir sie sonst bei den Star Wars Sets haben oder generell bei den Sets. Da wo normalerweise hier oben... Ich weiß gar nicht... Ich glaube, Kylo Ren ist da oben drauf im Moment. Und das haben wir hier aber nicht. Hier haben wir nur das Lego Star Wars Zeichen. Einmal 6 plus X-Wing Fighter. Auch keine... Ähm... Keine Angabe zu den Teilen, leider. Ähm... Ja, und hier haben wir noch eine Abbildung des X-Wing Fighters, eine Originalgetreue. Allerdings nicht 1 zu 1, wie wir sehen, denn hier ist unser kleines Original. Das schauen wir uns gleich nochmal besser an, wenn wir uns das Set ansehen. Und ja, hier drüben ist noch das Disney-Zeichen. Und wenn wir die Packung dann einmal umdrehen, finden wir auf der Rückseite, naja, nicht mehr allzu viel, sondern hier oben nur noch Beschriftungen zu Attention. Achtung! Auf allen möglichen Sprachen. Und ansonsten jetzt all the way down. Sternenhimmel, meine leuchtende Lampe, die ich mal kurz verdunkele. Sieht man auch, schön Sternenhimmel. Und hier noch ein Achtung, Kleinteile-Gefahr-Dingsbums, was allerdings nicht auf der Bauanleitung im Allgemeinen ist, sondern... Ja, mehr auf diesem kleinen Sticker. Öffnen wir das Ganze doch einmal. Und zwar, hier sieht man nochmal, dass es einfach nur ein Ziploc ist, den man einfach so aufmachen kann. Und dann, plumpst, fällt schon das Set heraus. Und hier sehen wir nochmal, das ist ganz schön gespannt, dieses Teil. Und ja, hier haben wir unser Set. Und ja, schauen wir uns doch mal in einer 360-Grad-Drehung an. Ja, hier sehen wir einmal Pose X-Wing Fighter. Der hat hinten drin auch noch die kleine R2-Ablöse-Einheit BB-8 angedeutet, wie auch bei dem alten Fighter die R2-Einheit mit einem blauen Noppen angedeutet wurde. Hier ist es halt ein weißer. Der ganze X-Flügler ist hier nun in schwarz und orange gehalten. Die alte Version war, ja, mehr in rot und weiß. Vielleicht, ja, auch ein bisschen grau dabei. Hier haben wir Alex auch noch ein bisschen grau. Und ja, ich kann da gleich mal als Comparison dazu den alten, beziehungsweise nicht alt, aber vielleicht kennt ihr noch die Adventskalender-Version oder die jetzt auch in dem Star-Wars-Magazin mit drin war, in dem ersten Magazin. Und zwar ist das diese hier. Die kann ich ja mal kurz daneben stellen. Und dann sehen wir auch schon die Unterschiede. Bei mir ist die ein bisschen demoliert. Ich finde gerade, irgendwie ist das hier verdreht, aber was soll's. Wie wir sehen, haben wir hier einige Unterschiede. Und zwar unter anderem finden sich auf dem neuen Episode 7-Flügler nun diese Grills obendrauf. Die finden sich jetzt auf dem alten eher nicht. Hier sind die halt orange und da ist halt überhaupt nichts zu finden. Unter anderem sind auch diese Teile, wie ich gerade sehe, umgedreht, die hier unten am Flügel sind. Aber nur die unteren, die oberen sind andersrum. Von der Rückseite finden wir dieses Teil in der Mitte. Ich werde jetzt nicht alles beschreiben, aber das Teil in der Mitte ist halt hier rot und da schwarz, um halt die Farbgebung nochmal komplett zu ändern. Weil wenn wir hier rotes Teil gekriegt hätten, hätte das wieder überhaupt nicht gepasst. Genauso sind hier alle Teile, die hier rot sind, komplett drüben in entweder orange oder halt schwarz übernommen. Und ja, alles weiße halt komplett in schwarz. Dass man es aufbauen kann, deutet ja darauf hin, dass man auch eine Bauanleitung haben muss. Und diese haben wir hier in Form auch der Rückseite unseres Teils. Die hatte ich ja eben auch schon beschrieben. Aber hier die Innenseite nochmal kurz anzuschauen. Oben haben wir alle Teile, die enthalten sind, wie man hier schön erkennen kann. Also von hier von links rüber bis nach rechts komplett alle Teile, die hier überhaupt so enthalten sind. Und unten dann alles, was irgendwie mit dem Bau zu tun hat. Mein Stativ knarrt im Moment ein bisschen, sorry dafür. Und hier haben wir das fertige Baumodell. Sowohl mein Kumpel als auch ich haben allerdings diese Bauanleitung gar nicht benutzt. Wir haben einfach zugeschlagen und das hier nachgebaut. Und wir lagen eigentlich, also er lag sofort kurz komplett richtig. Ich habe mich bei der Richtung der Flügel vertan. Aber naja, was soll's. Am Ende ist dann doch das gleiche Modell dabei rausgekommen. Alles in allem kann man über dieses Set echt nicht meckern. Und der Preis ist auch echt angemessen. Nämlich, naja, gratis. Wie ich das hier gerade sehe, man könnte, wenn man möchte, wenn man das Set unbedingt haben möchte, sich alle Teile über Bricklink bestellen und das Ganze dann zusammenfriemeln. Das sind keine Ultra-Special-Teile. Das eignet sich dann vielleicht auch, wenn man nochmal eine Armee von X-Wings alle haben will und sich die großen Versionen nicht so viele leisten kann, wie ich beispielsweise. Dann kann man sich halt ganz, ganz viele davon rebricken und dann passt das auch. Der Aufbau hat mir super viel Spaß gemacht. Und wer das Ganze noch nicht gesehen hat, zeige ich nochmal hier ganz kurz. Das ist jetzt zwar nur ein Ausschnitt gewesen, aber ich glaube, man konnte ganz gut erkennen, was wir da so gebaut haben. Und wer das Ganze Video nochmal abchecken möchte, guckt bitte unten in die Videobeschreibung oder gleich in der Endcard. Da verlinke ich das nochmal. Das ist nämlich mein schöner Vlog von Samstag. Den habe ich Sandhoch geladen. Und da sind wir in Hamburg unterwegs, unter anderem im Lego-Store, bei Galeria Kaufhof und eben auch bei Toys R Us. Und halt nur, um uns dieses Mini-Modell abzuholen. Yo, das war es mit meinem Review zu diesem wundervollen Set. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch ganz einfach diesen Kanal. Ich verlinke nochmal rechts ein paar Videos, meine letzten Videos, unter anderem den Vlog, über den ich ja auch schon geredet habe. Und ein kurzes Haul-Video, wo ich zeige, was ich alles gekauft habe an diesem Tag. Das lohnt sich allerdings erst, wenn man den Vlog geschaut hat. Also schön auf das Video klicken. Ja, ich denke mal, mehr ist dazu nicht zu sagen. Checkt meine anderen Videos aus. Und habt einen schönen Tag. Ciao.